Champagne in Pink, das ist heute unser Thema. Ich möchte euch zwei ganz spannende, ganz unterschiedliche Rosé-Champagner vorstellen, denn ich finde es gerade, wenn es Richtung Sommer und Frühling geht, wunderschön. Nicht nur von der Farbe, sondern vor allen Dingen von der Aromatik, die Rosé-Champagner mitbringt. Was haben wir heute für euch? Einmal einen Wein von Nicolas Feuillat, den Rosé de Printemps und als zweiten Rosé-Champagner von André-Cloé aus Boussy. Printemps, der ein oder andere kennt vielleicht Französisch, der Frühling, das sieht man vor allen Dingen an der wunderschönen Flasche, aber der Inhalt ist ein ganz klassischer Rosé-Champagner, sprich eine Cuvée aus den drei Hauptrebsorten der Champagner. In erster Linie Pinot Noir, ergänzt um etwas Pinot Meunier, anderen vielleicht als Schwarzriesling oder Müllerin-Rebe bekannt. Und einem Schuss Chardonnay haben wir dann dadurch einen sehr hellen Rosé-Champagner an der Nase. Sehr viele frische Aromen, frische Himbeere, frische Erdbeere, was sehr Florales, vor allem so hellrote Rosenblätter. Und am Gaumen ein ganz feiner Perlage, so nennt man die Kohlensäure im Champagner. Auch viel frische Frucht und vor allen Dingen was ganz Leichtes, was ganz Beschwingtes. Und ich finde Feuillat als Haus sehr, sehr spannend, denn es ist eine sogenannte Kooperativ, sprich eine Genossenschaft. Das heißt, ganz viele kleine Winzer, für die es von der Menge her sich nicht rentieren würde, eigenen Wein zu produzieren und vermarkten, geben in Shuyi, dem Ort, wo Feuillat sitzt, sah ihre Trauben ab. Feuillat macht daraus Champagner, dieser lag zum Beispiel fast drei Jahre in den Kellern auf der Hefe und vermarktet diesen dann in der ganzen Welt. Und ich finde gerade, das ist ein toller Start in den Frühling, wie auch der Name hergibt. Als zweiten Rosé-Champagner, ein noch kräftigerer, kommt aus dem Rotweinort der Champagne, nämlich Boussy. Man spricht bei den verschiedenen Gemeinden der Champagne von einer Klassifizierung, die sich rund um Premier Cru und Grand Cru dreht. Und Boussy ist ein sogenanntes Grand Cru-Dorf. Das heißt, alle Weinberge rund um Boussy sind bekannt dafür, dass sie schon seit Jahrhunderten eine Top-Qualität an Pinot Noir liefern. Und so ist auch der Champagner von André Chouet, den wir jetzt im Glas haben, ein reinsortiger Pinot Noir. Und man erkennt am Etikett, es ist sehr verspielt, denn der Winzer, Jean-Francois Chouet, ist im besten Sinne des Wortes ein Verrückter, weil er wirklich ganz unterschiedliche Champagner macht und sie auch unterschiedlich beschreibt. Beispiel, er hat einen, wo er sagt, der geht ab wie eine Rakete, da hat er eine Kinderzeichnung einer V6-Rakete drauf. Hier jetzt, genauso wie die Flasche ist, mit dem sehr floralen Motiv an der Nase. Was wirklich sehr, sehr komplex ist, viele florale Noten, aber auch was sehr Würziges, sehr viel Pfeffer. Nicht nur Frucht und Floralität, wie wir es beim ersten hatten, am Gaumen. Richtig Zug, richtig Druck, noch kleinere Perlen, noch feinere Perlage durch ein etwas längeres Ausbauen auf der Hefe, wodurch diese schöne Kohlensäure entsteht und wirklich fast schon ein Wein. Ihr seht, ich habe heute auch Weißweingläser mitgenommen und keine Champagnergläser, denn beides sind Weine. Wenn man ihnen Luft gibt, können sie das auch zeigen und können dann eben nicht nur als Aperitif genossen werden, sondern auch wunderschön als Speisenbegleiter fungieren. Ich habe einen guten Freund von mir gefragt, Dan Rossenhoff, einer der größten Champagnexperten in der Schweiz, was er dazu essen würde und da kam eine Liste von 30 Gerichten und da standen so Dinge drauf, auch wie Kaninchen, wie Sepia Linguine, also wirklich herzhafte Gerichte, was sicherlich viele überrascht, aber es passt auch meiner Meinung nach hervorragend, denn das sind wirklich tolle Weine, die eben auch an den Tisch gehören und nicht nur zum Apero. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Champagne in Pink, den beiden wunderschönen Rosé-Champagnen und freue mich, euch bald wieder persönlich auf ein Glas Champagner zu sehen. Adieu! Bis zum nächsten Mal.